Um ein Stahlrad mit der Präzision XL3D zu wuchten, gehen Sie wie folgt vor. Setzen Sie das Stahlrad auf die Wuchtwelle und spannen Sie es mit der Schnellspannmutter fest. Wählen Sie mit den Tasten den Wuchtmodus, messen Sie den Abstand zwischen Maschine und Felge und ermitteln Sie den Felgendurchmesser. Die Daten werden automatisch übernommen und Sie kommen direkt zum Felgenbreitemessen. Führen Sie den Messstab an die Felge, auch diese Daten werden automatisch übernommen. Senken Sie nun den Radschutzbogen, um den Vorgang zu starten. Lassen Sie den Wuchtvorgang laufen, bis das Rad automatisch abgeklammst wird. Das Display zeigt Ihnen nun an, wie schwer die Wuchtgewichte sein müssen. Drehen Sie das Rad, bis alle Indikatoren auf der linken Seite des Displays aufleuchten. Halten Sie die Position, in der Sie die Radbremse betätigen. Befestigen Sie das Wuchtgewicht auf der 12 Uhr Position an der Innenseite der Felge. Drehen Sie das Rad erneut, bis alle Indikatoren auf der rechten Seite des Displays aufleuchten. Halten Sie die Position mit der Bremse und befestigen Sie das Wuchtgewicht auf der 12 Uhr Position an der Außenseite der Felge. Senken Sie den Radschutzbogen erneut, um einen Wuchtvorgang zur Kontrolle zu starten. Das Radkram ist wieder automatisch und im Display können Sie entnehmen, ob Ihr Wuchtvorgang erfolgreich war. Das Radkram ist wieder auf der 8.000 Uhr in der Welt. Das Radkram ist wieder auf der 11.000 Uhr in der Welt. Das Radkram ist wieder auf der 12.000 Uhr in der Welt. Die Position mit der Bremse und befestigen Sie das Radkram.